Hallo, hier ist Frances Herdes. Wie kannst du geschmeidiger, gelassener und fröhlicher sein? Ganz einfach, durch Yoga. Ich habe meine Mutter jetzt eine ganze Weile beobachtet, die war mich die letzten zwei Tage besuchen und sie steht jeden Morgen auf und macht ihre Yoga-Übungen. Und sie ist seitdem viel geschmeidiger geworden, sie ist richtig drahtig geworden, richtig sportlich, richtig fit. Vom Körper her und vom Gemüte her ist sie sehr, sehr viel gelassener geworden. Wir haben natürlich einige Jahre jetzt schon zusammen und mit seiner Mutter erlebt man natürlich so eine ganze Menge. Und ich muss echt sagen, sie ist viel, viel gelassener geworden und natürlich auch fröhlicher. Die Lebensumstände sind manchmal natürlich herausfordernd, aber trotzdem ist sie innerlich einfach gelassener, gemütlicher, fröhlicher geworden, total cool. Ich habe sie also eine Weile beobachtet und habe sie gefragt, Mama, was machst du eigentlich, dass du jetzt so viel gelassener bist, dass du so viel sportlicher bist und fitter und so viel besser drauf? Und sie hat mir ihr Geheimnis verraten. Sie ist am Anfang, sie macht das jetzt schon eine ganze Weile, schon fast zwei Jahre, glaube ich, und sie hat am Anfang angefangen, dass sie zehn Minuten früher aufgestanden ist und einfach so ein zehn Minuten Yoga gemacht hat. Richtig cool, sie hat sich vor dem Yoga immer so eine Zitrusöle Mischung namens Zitrus Fresh drauf gemacht, verschiedene ätherische Zitrusöle, die so richtig Motivation und Auftrieb geben und dann Fenster auf, frische Luft und zehn Minuten Yoga. Und meine Mutter, die ist voll berufstätig, die ist voll unterwegs und ich habe ja auch noch kleine Geschwister. Das heißt, sie ist den ganzen Tag voll eingespannt und steht trotzdem jeden Morgen so früh auf und das ist echt beeindruckend. Hey, und vielleicht hast du ja auch so eine coole Mutter, die dir das Ganze dann auch noch beibringt. Richtig cool, du kennst mich ja. Ich zeige gerne dir auch so viele wertvolle Sachen und weil ich selbst gerne Yoga lernen möchte und schon einiges von ihr gelernt habe, habe ich sie mal auf Video aufgenommen und habe sie gefragt, was ist eigentlich dein Geheimnis morgens? Was machst du da? Das sieht immer extrem cool aus, wenn sie da in die Kerze geht und in die Kobra und alles Mögliche. Sieht total cool aus und macht einen richtig guten Effekt. Das setzt nämlich so die Intention für den Tag. Also man kann richtig mit der Absicht in den Tag starten, mit der man starten möchte. Ob es das Glücklichsein ist, ob es ein bestimmtes Ziel zu erreichen ist, ob es vielleicht Vergebung ist oder auch Erdung. Das bringt sie damit rein und echt total cool. Ich habe sie also gefilmt und interviewt und sie mal so richtig ausgefragt, was sie so macht und sie hat mir das alles gezeigt. Und ich werde definitiv damit starten. Und weil das so einen tollen Effekt hat, möchte ich dir das auch zugänglich machen. Ich mache am Samstag ein gratis Webinar. Das findest du auf gesundefüßelgesunderkörper.de-yoga. Und das ist ein kostenloses Webinar für dich, wo ich dir ihre Geheimnisse verraten werde. Das ist nämlich total spannend. Sie wird jetzt fast 50 und ist trotzdem noch voll gut in Form, voll fit, voll fit hier oben, voll fit im Körper und auch voll gelassen und fröhlich. Total cool. Und ja, das kannst du dir auch anschauen. Sie hat mit 10 Minuten täglich angefangen und jetzt mittlerweile macht sie über eine Stunde täglich. Also sie hat das nach und nach in den zwei Jahren ausgebaut. 10 Minuten waren ihr dann zu wenig, 15 Minuten waren ihr dann zu wenig, 30 Minuten waren ihr zu wenig. Sie ist immer fitter geworden und ich habe so eine Einheit mit ihr mal mitgemacht. Man kann das wirklich Schritt für Schritt machen und das möchte ich dir zeigen im Webinar, wie man das machen kann. Also gesundefüßelgesunderkörper.de, schrägstrich Yoga. Ohne das M. Und das Coole ist natürlich, man kann das Ganze auch noch duftend machen. Also morgens Fenster auf, frische Luft und einige motivierende ätherische Öle, die auch du in deiner Yoga-Praxis verwenden kannst. Vielleicht machst du ja schon Yoga eine ganze Zeit lang. Vielleicht bist du schon dabei und brauchst nicht unbedingt die Übungen. Aber die ätherischen Öle, die du zur Erdung einsetzen kannst, die du einsetzen kannst, um in deine Mitte zu kommen, um zu dir selbst zu kommen, um in eine meditative Stimmung zu kommen und auch in den richtigen Fokus zu kommen, dass du deine Ziele umsetzen kannst. Das ist nämlich wunderbar, wenn du gleich morgens und auch abends den Rahmen für den Tag setzt. Übrigens kleiner Tipp, wenn du die wichtigsten Dinge gleich morgens umsetzt, wie zum Beispiel dein Workout, deine Ziele oder das Wichtigste, womit du dein Projekt voranbringen kannst, dann schaffst du es in jedem Fall und bist nicht abends müde und schaffst dir den ganzen Tag über Ausreden, sondern gleich morgens. Das habe ich sie natürlich auch gefragt. Warum macht sie das Ganze morgens? Und wie motiviert sie sich eigentlich, aus dem Bett rauszukommen? Wie macht sie das eigentlich, obwohl ein voller Tag auf sie wartet, obwohl sie einiges zu tun hat an dem Tag? All diese Geheimnisse habe ich sie ausgefragt und gebe sie dir im Webinar weiter. Schau auf gesundefüßegesunderkörper.de-yoga. Und dann kannst du richtig schön geschmeidig im Körper werden. Das Ganze dehnt nämlich die ganzen Faszien im Körper, die auch mal verklebt sein können, wenn wir den ganzen Tag sitzen, wenn wir uns vielleicht nicht so optimal bewegen. Und dieses Yoga, das öffnet einfach gleich morgens den Körper und denen die Faszien, denen die ganzen Sehnen und Bänder. Und es öffnet so richtig den ganzen Körper, dass du offen bist für Neues für den Tag, dass du offen bist, deine Ziele umzusetzen und auch fröhlich zu sein. Denn wenn die ganzen Körperzellen offen sind, dann kann auch der Geist offen sein. Also richtig cool. Du wirst dadurch so richtig gelassener, denn wenn du gut gedehnt bist, wenn du ein bisschen Krafttraining gemacht hast, in deinen Muskeln selbst, sobald du sie bewegst, werden Glückshormone frei. Das heißt, wenn du morgens in so eine 10-Minuten-Einheit mit Yoga hast oder mit deinem Workout, dann trainierst du deine Muskeln, du bekommst mehr Sauerstoff und mehr Energie in den Körper und es werden auch mehr Glückshormone frei. Also das ist auch ein weiterer Geheimtipp. Mach deinen Workout einmal am Tag, am besten morgens, 10 Minuten lang, das reicht schon, dass du so ein bisschen ins Schwitzen kommst. Und dann werden die Glückshormone frei, dann bist du gelassen den ganzen Tag über, egal was da so kommt, das kann man ja nie so genau wissen. Und du bist trotzdem innerlich bei dir, du fühlst dich wohl in deinem Körper und richtig, richtig gut. Und du bist dadurch natürlich auch fröhlicher, denn wenn du gleich morgens was für dich getan hast, dann fühlst du dich viel, viel besser. Gerade Menschen, die vielleicht im Rücken öfter mal verspannt sind oder im Schulter-Nacken-Bereich. Na klar hilft es, wenn du regelmäßig massierst oder wenn du dich mal so durchkneten lässt oder in den Whirlpool setzt. Aber was eigentlich hilft, wenn du so verspannt bist oder wenn du ab und zu mal Schmerzen auch hast, das ist, wenn du wirklich die Muskeln bewegst. Und das kannst du durch das 10-Minuten-Yoga richtig gut machen. Du dehnst dich, du stretchst deine Muskeln und du kräftigst deine Muskeln dadurch. Meine Mutter hat mir einige Übungen gezeigt, die sehen nicht nur echt cool aus, sondern es ist wirklich erstaunlich, was man mit dem Körper alles machen kann. Und es wäre schade, wenn du dieses Potenzial einfach am Schreibtisch sitzen lässt und versauern lässt und dich nicht bewegst. Und deshalb schau ins Webinar rein, gesundefüßelgesunderkörper.de schrägstrich yoga. Da zeige ich dir, was es mit Yoga auf sich hat, welche ätherischen Öle du dafür benutzen kannst und wie du so richtig gelassen, geschmeidig und glücklich dabei bist. Also, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns im Webinar gesundefüßelgesunderkörper.de schrägstrich yoga. Freue mich schon drauf und bis zum Webinar.